Das Zeitspiel, weil der Ball über die Mittellinie ging und der Gegenstoß durch den Kontrez, verwandelt sicher zum Anschlusstreffer, zum 9 zu 10 für den VfL Gummersbach. Du hast es eben schon erwähnt, Luis, die schnellen Tore sind wichtig für den VfL. Tut sich im Angriff jetzt gerade auch ein bisschen schwerer, jedes Tor ist harter Hand.